Jo Leute, nächster Vlog von mir. Ich bin gerade am Wörthersee. Volkswagen hat mich eingeladen, ich darf auf den niederer Showbühne bei dem größten GTI-Treffen der Welt eine Rede halten, ein bisschen was über meinen Sport und über mich zu erzählen. Ich bin gerade im Hotel, bin mega müde, so schaut es aus. Vielen Dank an Volkswagen. Wir sehen uns morgen früh wieder, ich rede nicht lang, geh jetzt pennen und bis dann. Guten Morgen, es ist 9 Uhr, wir müssen auf der Strecke. Du musst mich verarschen, heute läuft alles schief. Jetzt geht es auf zum Wörthersee, heute wieder ein Interview geben bzw. ein Gespräch führen. Ich freue mich darauf, war cool und let's go! Wir sind angekommen am Wörthersee, sind gerade Backstage von der Bühne, ich bereite mich jetzt für den Top vor und so sieht es aus. Wow! Wow! Haha! Auf gehts jetzt, los gehts! Wahnsinn, das ist meine Aufgabe für mich, im Kleidchen auch so in einem Auto auszustellen. Luca Engster, herzlich willkommen, das ist dein Applaus. Ich habe dich gerade schon angekündigt, du bist ja der jüngste Rennfahrer in der TCR-Rennserie. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt und fahre ich sehr in der TCR Germany. Wahnsinn, du hast dein allererstes Rennen in der TCR-Serie direkt gewonnen. Ja genau, mein erstes Rennen war in Dubai im Januar und das konnte ich gleich gewinnen, was natürlich mega war. Du erzählst das so, als wäre das jetzt eher total mega. Wenn man sich mal im Rennsport ein bisschen umhört, Rennsport ist ja nicht, man gewinnt mal eben ein Rennen, sondern das ist ganz viel Vorbereitung, das ist ganz viel Erfahrung und Wissen. Wie kann man da mit 17 Jahren mit einer Rennserie anfangen und die sofort gewinnen? Ja, ich denke da hat alles gepasst, natürlich habe ich auch das Quäntchen Glück gehabt, das Team hat super Arbeit gemacht, ich habe mich enorm vorbereitet und ja, es hat einfach alles gepasst und dann konnte ich das Rennen gewinnen. Mit 16 darf man solche Autos schon fahren, diese Rennwagen, ist das für dich noch was besonderes, weil jeder, der jetzt hier dabei ist und staunt, der ist ja völlig fasziniert davon oder ist das so, Autos wie mein Alltagsfahrzeug, das ist ganz normal für mich? Natürlich wird es nach einer Zeit ziemlich selbstverständlich, die Autos zu sehen, man sieht sie jeden Tag in der Werkstatt, man diskutiert mit seinen Mechanikern, seinen Ingenieuren, was man verbessern kann und man merkt, wenn doch mal Kumpels dabei sind, die dann das Rennauto so im Zelt sehen oder wenn es auf die Strecke fährt, die sagen halt dann schon, boah, geil, das sieht man nicht jeden Tag, aber für uns Rennfahrer wird es nach der Zeit einfach selbstverständlich. Du bist mit 17 Jahren sehr, sehr jung und gerade am Anfang deiner Karriere, hast du ein Vorbild? Ja, mein Vorbild ist ganz klar mein Vater, der hat das super gemacht, sein Hobby zum Beruf gemacht, hat nicht die tatkräftige Unterstützung gehabt wie ich mit meinem Vater und ja, deswegen Hut ab und ich will einfach das gleiche erreichen. Ja, ich habe das gerade schon erwähnt, du hast dein erstes TCR-Rennen gefahren und bist sofort quasi auf den ersten Platz gefahren, wie geht die Saison jetzt weiter? Du hast, glaube ich, jetzt am Pfingstwochenende dein nächstes Rennen, wo liegen da deine Ziele für die Saison? Ja, genau, wir haben jetzt in drei Wochen das nächste Rennen, in Spielberg am Red Bullring, im Moment fahre ich als Meisterschaft führender hin, ich konnte in Deutschland die ersten beiden Rennen gewinnen, will natürlich gucken, dass ich die Rookie-Meisterschaft, wo alle ab 15 bis 19 Jahren fahren, versuchen die zu gewinnen und das muss mein Ziel auch für den Red Bullring sein, mit Köpfchen fahren und wieder zwei Siege einfahren. Irre, das ist wirklich Wahnsinn. Du hast deinen Rennwagen mitgebracht, du hast gerade auch so ein bisschen davon erzählt, wie man Rennfahrer wird, wie kann man sich sowas leisten? Also so eine Rennsaison, du hast gestern mir ein paar Zahlen genannt, da bin ich fast aus den Latschen geflogen, wie kann man sich sowas leisten? Ja, auf dem Niveau, das wir betreiben, ist es unmöglich ohne Sponsoren das zu finanzieren, wir haben viele große Sponsoren im Rücken, die das finanzieren, ohne die wäre es nicht möglich und ja, da kann ich einfach nur nochmal Danke an alle sagen, die mich da unterstützen, weil ohne die würde es nicht gehen. Ich habe es eigentlich nicht, ein Simner Golf mit Verbreiterung, es ist 70% von dem Auto Serie, das versucht einfach die Turnwagen-Serie, die ich fahre, das so seriennah wie möglich zu machen, natürlich breiter, ein bisschen mehr PS, hinten der große Spoiler, vorne der Carbon-Splitter, komplett ausgeschlachtet, wie man es von Rennautos kennt, aber sonst ist der Großteil, versucht man einfach sehr seriennah zu machen, um auch die Zuschauer zu begeistern, weil die Rennen sehr aggressiv sind, oftmal Unfälle passieren, Teile wegfallen, man fährt trotzdem weiter, nicht wie man es in der DTM kennt, wenn ein Splitter fehlt, dass man dann an die Box muss, sondern ja, das ist noch richtiger Turnwagensport und genau. Das ist echt irre, das hätte ich nie gedacht, dass da 70% noch Serie drinstecken, das ist echt großartig, dass man das dann quasi für sich auch so, quasi diese Emotionen mitnehmen kann, wenn man euch fahren sieht und sagt, eigentlich den habe ich zu Hause, eigentlich könnte ich das auch. Du bist jetzt noch bei uns hier auf der Bühne, ihr seid wie gesagt herzlich eingeladen, kommt zu uns, schaut euch den Rennwagen an, quatscht mit Luca, er ist da und will alle eure Fragen beantworten. Bleibt noch schön hier, deine Autogrammkarten hast du ja auch mit dabei und das ist dein Applaus, Luca Elster, Dankeschön! Bevor ich die Bühne freimache und Luca hier die Autogramme schreibt und so Fragen zum Beispiel... Wir sind fertig, ich hoffe euch hat es gefallen, es geht ab nach Hause, Montag noch in die Schule, nach der Schule geht es gleich los an Hockenheimring zum Testen. Wir nehmen euch wieder mit und wir sehen uns, ciao!